Und dann kam es zu der Situation, dass du dann irgendwann auch gesagt hast, ich trage Poste aus oder Briefe. War es eigentlich eine Überwindung? Ich meine, du bist ein junger Kerl. Es war eine Riesenüberwindung. Es war eine Riesenüberwindung, dass ich mich da jetzt aufs Fahrrad setze und durch die Gegend fahre und Sachen ausliefere. Natürlich hat man sich vielleicht auch im ersten Moment dafür ein bisschen geschämt. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber am Ende des Tages ist es ein normaler Job und ich habe den dann auch irgendwann einfach gemacht, weil ich wusste, okay, so kann ich mir Taschengeld noch verdienen und das habe ich auch gebraucht. Ich meine, das ehrt dich ja. Was ich ja eigentlich meine, du bist ein junger Kerl. Du warst die ganze Zeit in deinem Jugendverein. Plötzlich kommst du das erste Mal in den NLZ. Dann darfst du plötzlich mit den Profis trainieren. Da prasselt ja auch viel auf einen ein. Da denkt man, wow, krass, vielleicht jetzt gehört die Welt mir. Hier. Dann kommt Corona. Plötzlich spielst du den zweiten Mannschaft nicht mehr und fährst dann die Post aus. Was macht das denn mental auch mit einem jungen Kerl? Ja, also ich war eigentlich schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr auf Fußball. Also so nach dem Motto, also ich habe Lust, aber ich werde es nicht packen. So dafür hatte ich immer irgendwie das Gefühl, dass ich mich vielleicht selber immer überschätzt habe. Ich habe schon mal angefangen, mir selbst zu zweifeln und so. Aber ja, es war eine schwere Zeit und dann hatte ich Glück, dass ich dann den Schritt zu Werder gemacht habe. Und der war dann eigentlich mit der Wichtigste.